Hey, meine kleinen Fatschen, willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Jumbley Agur. Es hat sich eine Kleinigkeit geändert und zwar, passt auf, passt mal auf Leute. Sekunde. Ich sehe anders aus. Ich habe blaue Rüstung, cool oder? Man kann sich nämlich für Punkte, die man sich erspielt, scheinbar eine andere Rüstungsfarbe aussuchen. Und, jetzt wird es richtig crazy, ein Upgrade kaufen. Und zwar kann ich jetzt nicht mehr nur drei Items von den Gegnern holen, also aus den Kisten rausholen von den toten Gegnern, sondern vier. Oh Gott, Alter, wie kann ich denn da runterfallen? Was war das denn, Alter? Was war das denn? Ich heiße übrigens hier in dem Spul gerade Azrael. Azrael Eternity. Hieß nicht der Typ von Soul Reaver auch Azrael? Ich weiß es nicht. Das war ein gutes Spiel. Habe ich sogar 2010 mal angefangen zu let's playen, bis irgendwann so ein schweres Rätsel kam, dass ich einfach, ja, aufgehört habe. Das war nice. Ach Mann, ey. Das war noch Zeiten, Leute. Da war ich noch jung. Da war ich noch jung. Da war ich noch 19. Glaubt ihr gar nicht? Oh Gott. Ach, leck mich doch an. Ey, sag mal, bin ich denn dumm? Wie bin ich Erster geworden? Hä? So schwer ist der Sprung auch nicht. The fuck? What's the actual fuck, ey? Und Modul 4. Ich hätte zwar gedacht, dass ich gerade bei Modul 2 bin. Aber gut. Habe ich mich leicht vertan. Das geht so schnell alles. Weil die halt auch so easy für mich sind, Leute. Da guckt es euch an. Schon wieder eins fertig. Da habe ich es einfach geschafft. Obwohl, man muss ja sagen, das war ja gerade das vierte Modul. Ich war ja nicht fertig mit dem vierten. Also so weit weg von Modul 2 war das jetzt auch nicht. Ach, komm, ey. Lutschi, Lutschi in dein Mundi. Hä? Was ist das? Ja, oh Wunder. Ich wurde mal eingeholt. So scheiße, wie ich bin. Oh lol. Direkt zweimal sozusagen ein Steinschwert bekommen. Nice. Ja. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Kiste? Hallo? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Wo bin ich hier? Ach, da ist er. Ich habe sie gesehen. Haha. Lol, wie man hier echt um die Ecke kann. Kleiner Hacker bin ich. Ach, bin ein kleiner Hacker. Oh shit. Ja. Der Sprung war richtig gut von mir. Ich war selten so von meinem Skill überzeugt wie gerade eben. Alter, war das scheiße. Gibt es da nicht irgendwie noch einen anderen Weg? Nee. Eigentlich nicht. Ach komm, ich gehe direkt darüber. Ja. Hey. Cool. Ha. Alles doppelt gemoppelt. So, wohin muss ich? Ich muss da hoch. Lol. Was ist das denn? Für eine Scheiße. Vor allem, wie weit ist das denn noch? What the fuck? Muss ich hier lang? Ich glaube, das Modul hatte ich echt noch nie. Kann das sein? Weiß das einer von euch? Und falls jetzt einer ja schreibt, dann müsst ihr mir aber auch sagen, in welchem Part das war. Sonst zählt das nicht. Tut mir leid. Bitte den Videotitel in die Kommentare schreiben. Ja, das weiß ich nicht. Manche Sachen kommen mir von schon irgendwie irgendwo bekannt vor. Aber oft hatte ich das nicht. Das kann ich euch schon mal versprechen. Boah, der erste ist aber echt nice. Der Fabro. Fabro Fibri. Alter, was kriege ich hier? Lol. Was für eine Scheiße. Hä? Ja, der war sehr souverän, der Sprung. Also, ich glaube, das gerade zu schaffen, wird ein Ding noch Möglichkeit. Ich verstehe auch gerade gar nicht, wo die ganze Zeit abgeblieben ist. Alter. Nein. Nein. Wie konnte ich denn da noch sterben? Och, Mann. Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, ich hab's geschafft. Oh, nein. Oh, nein. Das Modul kenn ich. Und ich weiß, dass es schwer ist. Och, nee. Also, ich weiß auf jeden Fall, warum du hier versteckst, Junge. Ich weiß es. Das ist ein richtiger Abfuck. Hä? Ich schaff nicht mal den Sprung da. Och, geht doch. Okay. Okay. Das Schöne ist aber, das war noch nicht mal das Schwierige. Das war das Schwierige. Alter, war das ekelhaft. Und ich bin wieder erster. Nice. Boah, ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich hier viel, viel länger brauche. Oh, nice. Boah. Jackpot. Eine Eisenbrust. Ja, doch. Ich könnte es doch schaffen, Leute. Ich könnte es durchaus noch schaffen. Wenn ihr jetzt für mich anruft, Leute, damit ich gewinne, ruft unter dieser Nummer an. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Kann das sein, dass da unten eine Kiste ist oder war das jetzt schon die Kiste? Scheiße, wo... Ach, nee, ey. Ich gehe einfach weiter. Ist mir alles egal. Was? Loll? Wie habe ich den Sprung denn nicht geschafft? Oh, und der Typ hängt ja immer noch fest. Was ein Opfer, Alter. Wow. Wow. Der war echt gut, Manuel. Der war nice. Nice. Okay. Was? Also, ich bin ja mal sowas von spät gesprungen. Das glaubt mir kein Mensch. Ja. Ich habe es. Kiste. Oh, Mann. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Ich sehe das Ende. Ja. Oh, lol. Oh, lol. Rofelcopter. Rofelcopter. That's my motto. Ich habe es geschafft. Man nennt mich auch den Oberficker. So. Ich glaube, ich habe alles. Warum habe ich denn so einen Scheißhelm? Ach, Mann. Oh, lol. Nee. Nee. So schon mal nicht, Junge. Ey. Okay, dann nicht, ey. Ach, Mann. Ja, klar. Ja, kommt. Ja, klar. Geht doch alle auf mich. Warum auch nicht? Oh, Mann. Scheiße. Ich bin weg. Dich habe ich einmal verprügelt. Das reicht mir eigentlich schon. So. Ja, nee. Also, wenn alle auf mich gehen, dann kann ich jetzt auch mal eben ganz kurz wegrennen. Oh, lol. Er rennt mich nicht mehr hinterher. Sehr gut. Ich kann easen. Haha. Hey. Was hat der denn für ne? Der hat keine Brust bekommen. Lol. Okay, den hole ich mir. Lol. Jetzt geht der auf mich. Gross. Der hat mich. Der hat mich. Nein, shit. Habe ich den einen gekriegt? Nee. Lol. Da wurde mir der Kill geklaut. Komm. Komm, 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 komm. Fuck, 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 den kriege ich. Komm. Und nice. Da habe ich dich. Okay. Okay. Ja, okay. Was ist denn hier für ne Party? Was war das denn? Alter, was war das denn bitte? Holy moly. Schade, ey. Aber ich hätte gerne die Kiste gehabt von dem einen Typen. So, witzig, ne? Ich habe es wieder mal geschafft. Ich glaube, das ist das vierte Mal, dass ich das überhaupt geschafft habe. Und was ist? Kein Eisen. Kein Stick. Kein Dia. Aber. Zwei Workbenches. Hä. Nice, oder? Oh nein. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, gut. Ja, okay. Ich habe dadurch natürlich jetzt auch einen gewissen Vorteil, würde ich mal denken. Denn die meisten Leute können nur drei Items aus den Kisten rausholen. Und ich kann jetzt einfach vier rausholen, weil ich das eben geupgradet habe, wie schon vorhin erklärt. Und wenn da einer dran war, hat der natürlich nur drei Sachen rausgeholt. Und wenn ich dann ganz am Ende nochmal hinfitsche, dann bekomme ich, äh, ja, noch ein Atem mit Greg. So, wo bist du denn? Du bist da hinten irgendwo, okay. Ja. Da ist er. Lol. Nice. Das hat er gut gemacht. Okay, ich renne mal eben ganz kurz ein bisschen weg. Hä, er verfolgt mich gar nicht? Ja, gut, dann kann ich auch regen. Dann kann ich auch regen, wenn du meinst. Du musst mir nicht mal hinterher rennen. Na komm. Ah, da will er, da will er Stress. Oh shit, oh shit, oh shit. Da habe ich ihn richtig gut bekommen. Nein. Oh, war das dumm. War das dumm. Ich dachte, ich kriege ihn da. Oh, nice. Alter, wie... Ist das lächerlich. Woher, woher hat der denn so viele Pfeile? Lol. Warum hat der denn... Ja, klar. Warum hat der denn bitte so viele Pfeile? Sag mal, willst du mich verarschen? Was ist das denn? Warte mal. Woher hattest du so viele Pfeile? Nice hack, who's so? Nice one. Haha. Gefunden. Hahaha. Nice hack, who's so? Und dann antwortet er. Es war ganz nett. Ach, da ist der German. Let's play. Ich habe sie gefunden. Oh Mann, ey. Das war ein Typ. Naja. Gut. Dann würde ich mal sagen, bewerte den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich vielleicht wieder zu uns unbezeichnet werde. Ja, geil. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.